Guten Morgen, ihr Lieben da draußen. Wir sind wieder zum neuen Thema bereit. Ich habe es genannt, der ultimative Endgegner, wo die Angriffe in Wahrheit jetzt herkommen werden. Ich habe wieder ein bisschen auf die Pfanne gehauen mit dem Thema, dass wir die Leute noch aus den Sofa-Ecken rausholen können. Aber ich glaube, das ist heute wieder ein spannendes Thema, meines Erachtens auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Mir ist klar, dass es nicht ganz einfach heute zu formulieren ist. Also ich versuche euch das so, also die Wahrnehmung, die ich kriege oder die Einspielungen, die ich kriege, versuche ich euch so zu vermitteln, dass sie vielleicht für euch nachvollziehbar sind. Also Punkt 1, fangen wir da mal an. Gute Beobachtung, wo ich auch sehr froh drum bin, ist, dass die Menschen, die hohe Werte haben, in hoher Gerechtigkeit sind, diese empathischen Menschen, oft diese HSP-Leute, High Sensitive Personality nenne ich sie ja immer, dass die im Wachsen begriffen sind. Das ist ja auch meine Intention. Warum mache ich denn diese ganzen kostenlosen Videos hier? Weil ich die Menschen in die Stärke, in Selbstbewusstsein kriegen will und dass die Leute vorne an der Front stehen, die wir wirklich für die Zukunft auch brauchen. So, und dieses passiert, also gerade auch die letzten Wochen und Monate, ich habe ja jetzt auch mit den Pionierprojekten, mit den Seminaren angefangen, wo die Leute aus ganz Deutschland kommen, in bestimmten Expertenbereichen unterwegs sind. Da siehst du, dass hier ein wachsendes Selbstbewusstsein und eine wachsende Präsenz vorhanden ist. So, das hat aber jetzt nicht nur Vorteile, ja, weil wenn du sichtbar wirst oder Pionier bist oder nach vorne gehst oder die Werte oder all das, was wir ja auch verkörpern, immer mehr in die Präsenz gehen, dann schaffst du dir auch Gegner. Also das ist jetzt das Phänomen, was mir auch in der Praxisarbeit jetzt immer mehr gespiegelt wird, dass die Menschen von vehementen Angriffen sprechen. Also nicht nur ein bisschen, ja, da passieren ein paar komische Zufälligkeiten um mich und das ist so negativ für mich, sondern wirklich Angriffe, wo man schon davon sprechen muss, dass es energetische Angriffe sind. Also wenn du Dinge tust und du gehst einen Schritt vorwärts und jedes Mal danach gehst du wieder einen Schritt rückwärts, weil jemand dagegen stößt oder dagegen drückt, ja, dann ist das kein Zufall mehr. Also das ist eine sehr starke Auffälligkeit, dass hier bestimmte wachsende oder gedeihende Kräfte verhindert werden sollen. Und ich weiß nicht, ob er euch erinnert, ich habe ja mal gesagt, das ist, glaube ich, schon zwei, drei Jahre her von den Videos her, ich habe gesagt, dann, wenn wir die Trends setzen, also wenn wir als Pioniere die Trends setzen und man uns kopiert oder man auf den Wagen von uns steigen wird, ja, dann sind wir quasi auf der, ich will jetzt mal nicht übertreiben, aber auf einer Art Siegerstraße, ja, weil dann die Opposition oder die Komplementärkraft uns folgen muss, wie habe ich neulich im Video gesagt, wie Moses, der quasi hinten die Ägypter hinterher zieht, weil die natürlich diesem Trend oder dieser Bewegung folgen müssen. So, das heißt, wir sind einerseits sehr stark geworden, andererseits haben wir jetzt Leute im Schlepptau, die das sehr wohl beobachten, verfolgen, scannen, jeden Schritt und Tritt, den wir gerade tun und die sind nicht ganz ungefährlich, ja. Vor ein paar Jahren noch oder, ja, ist noch gar nicht so lange her, da hat man uns verlacht. Ihr erinnert euch, so, die guckt ihr an, die Hochsensiblen, guckt ihr an, diese Wattebäuschen, ja, die realitätsfremd sind, die keine Ahnung haben und die meinen, sie können da irgendwas bewegen. Also man hat uns verlacht, verhöhnt, ich weiß es noch wie heute, ja, was dann für spöttische Kommentare drunter kam und all dieses. Und dann war es ja so, dass sie dann immer mehr in die Angriffe auch sinken, in die Vorwürfe, guckt ihr an, sie haben ja eine Hybris, die fühlen sich ja wohl elitär, die fühlen sich ja als was Besonderes. Also man hat da wirklich mit Gegenkraft oder auch mit Bedrohlichkeiten und Einschüchterungen gearbeitet. So, das taucht jetzt inzwischen kaum mehr was. Also wenn jemand im Selbstbewusstsein in der Entwicklung ist, wird ihn das irgendwann nicht mehr groß tangieren. Und jetzt kommen wir in eine Phase rein und da möchte ich euch einerseits vorwarnen, aber auch ein bisschen den Ausblick geben, was können wir tun oder was, was ist jetzt ganz, ganz wichtig, wo wir dranbleiben müssen. Ja, also das, was jetzt passiert, die Phase, wo wir jetzt reingehen, ist eine massive Konkurrenzsituation. Wir werden inzwischen nicht respektiert, das nicht, aber wahrgenommen als massive Konkurrenz und werden bekämpft. Das geht bis hin in Zerstörungswut. Weil es ist ja klar, wenn jemand, der wirklich stark ist, verdichtet ist, hohe Werte hat und für das Gute kämpft, wenn der auftaucht und in Vergleich geht mit der Mannschaft, die jetzt, was weiß ich, die ganzen Jahrzehnte bisher performt hat oder narzisstische Turnübungen gemacht hat, sage ich ja immer dazu, dann ist diese Gegenüberstellung oder dieser Vergleich auf einer Bühne für die Dunkelliga, sagen wir mal so, ein bisschen fatal. Also müssen sie sich jetzt was einfallen lassen. Jetzt haben wir aber ein Problem, weil diese Pioniere oder diese guten Leute, die wirklich wie einem Ruf folgen, die für das Gute oder für diese Werte kämpfen, ja, ich weiß, dass da wieder jetzt ein paar aus den Socken fallen und sagen, oh, kämpfen, ja, wie kannst du diesen Ausdruck verwenden? Aber du kannst auch im positiven Sinn für was kämpfen. Ja, und die muss man natürlich jetzt eliminieren. Jetzt ist aber das Problem, dass diese Leute Gefolgschaft inzwischen haben, ja. Bei uns hier in diesen Social-Media-Szenen, das sind ja diese berühmten neudeutschen Follower oder Fans oder Community, ja. Ich mache ja diese englischen Begriffe nicht, aber ihr wisst, was ich meine, ja. So, das heißt, du kannst jetzt solche Leute nicht einfach vom Feld nehmen oder vom Küchentisch wegkehren, ja. Also es wäre doch ein bisschen auffällig. Ich meine, ich bin auch eigentlich noch ein kleines Licht auf Social-Media, aber immerhin, ich habe, ich glaube, auf YouTube jetzt, ich glaube, 72.000, 73.000 allein auf YouTube. Also es würde auffallen, wenn man die Lora jetzt einfach mal so schnell ums Eck bringt. Das heißt, es passieren jetzt ganz andere Dinge. Man will diese Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen oder die Ideen haben, die Neues umsetzen könnten, unschädlich machen. Und die sind ja auch nicht schlau, sind ja auch nicht dumm da drin, sind ja schlau. Das heißt, was ihr jetzt beobachten werdet, und da möchte ich euch wirklich darum bitten, ich möchte keine Hausaufgaben verteilen, aber dass ihr ein bisschen mitübt und mitguckt, weil dann werdet ihr eine Riesenerkenntnis auch haben im eigenen Beobachten. Ihr werdet sehen, dass die Zerstörung des Guten, in Anführungsstrichen, dadurch passiert, dass man sie kopieren will. Warum kopieren? Weil diese Zerstörung dann subtil vor sich geht, also nicht massiv aggressiv rüberkommt, sondern sehr subtil. Das ist so quasi, dass man das Gute, das Wahre, das Schöne versucht zu vervielfältigen und quasi die Gefolgschaft, die Fans, die Jünger, die Leute, die das irgendwo gut finden, auf ihr Wege setzen will. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an das Video, wo ich das mal mit dieser komischen Kartoffel verglichen habe im Keller, wo ich gesagt habe, die Kartoffel, wenn sie keimt, sie wird sich genau da ausrichten, wo das Licht herkommt. Also da, wo vom Kellerfenster das Licht rein strahlt. So, was muss die Nationalmannschaft jetzt da drüben machen? Sie muss diese Sonne kopieren. Sie wird also ein paar Nachttischlampen aufstellen, außenrum, damit die Kartoffel oder der Keim oder die evolutionäre Entwicklung, wenn du so willst, genau in diese Richtung geht oder zumindest die arme Kartoffel komplett irritiert ist. Und das ist das, was jetzt in Zukunft passieren wird, dass die Menschen als solche, als Gesellschaft, komplett in die Irritation getrieben werden sollen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Nimm mal an, du hast ein tolles Unternehmen. Die stellen ganz klasse Produkte her. Geht weg wie die Warmsimmeln. Dann wirst du nach kurzer Zeit merken, dass dieses Produkt kopiert wird, möglichst mit billiger Herstellung, also eine billige Kopie. Wie nennt man diese Plagiate oder diese Raubkopien werden gemacht. Und dann kannst du so ein Unternehmen in kürzester Zeit in Grund und Boden stampfen, weil die Menschen nicht mehr richtig erkennen können, was ist denn jetzt echt und was ist nicht echt. Was ist hohe Qualität und was ist jetzt von außen genauso, aber hat vielleicht die Qualität nicht. Das heißt, du kannst ein Unternehmen, eine Einheit zerstören, indem ich etwas vervielfache oder eben das Außen so performe, dass die Menschen nicht mehr unterscheiden können. So, und da treten wir jetzt gerade rein. Also das ist jetzt die Phase, in die wir jetzt überführt werden. Und da gehe ich jetzt mal in die KI-Geschichte rein, weil es wird ja vielfach auch von Kollegen teilweise beschönigt. Na ja, man muss die KI ja nur ein bisschen kontrollieren, aber schau mal, Susanne. Du kannst Texte in Sekunden, Blocktexte von der KI machen lassen. Du kannst deine E-Mails durch KI beantworten. Du kannst all deine Bilder mit zack, zack, fünf, sechs Begriffen kannst du dir selber von der KI machen lassen. Du musst keine teuren Bildportale mehr in Angriff nehmen, sondern kannst das alles selber machen. Also das heißt, das Gro der Menschen draußen, auch in der Trainerszene, in der Social-Media-Szene, greift jetzt inzwischen immer mehr auf KI zurück. Und ich sage dir eines, dass hier der Allgemeinheit jetzt die KI freigestellt wird. Du wirst ja bombardiert mit, du sollst KI-Kurse machen und das und JGPT und allen möglichen Kram. Es ist nicht Zufall, das ist jetzt passiert. Dass die Allgemeinheit jetzt Zugriff auf eine Technik kriegt, die vorher einer Elite vorgesehen war. Du glaubst ja nicht, dass KI nicht vor ein paar Jahren schon irgendwo tätig ist, von oben runter. Oder dass die uns nicht oft um Jahrzehnte der Technik voraus sind. So, warum wird jetzt die KI der Allgemeinheit zugänglich gemacht? Ich sage es dir, weil du dann diese Masse nicht mehr kontrollieren kannst. Das ist so, wie wenn du eine Meute unkontrollierter Kampfhunde rausschickst. Das ist jetzt ein böser Vergleich, aber vielleicht versteht er, auf was ich raus will. Die rausschickst quasi, um ihnen alle Möglichkeiten der Welt zu lassen. Und die dann quasi alles, was unsere Realität ist oder was unsere Ethik oder Werte sind, zerfleischen wird. Weißt du warum? Weil diese Menschen, diese Geister, die gerufen wurden, nicht mehr kontrollieren können. Ich gebe da nachher Beispiele. Sie speisen etwas ein, was dann verwertet wird. Und sie sind dieser Intelligenz nicht mehr gewachsen. Sie werden kontrolliert. Und diese Energie wird dann gegen uns, gegen sie selbst auch, werdet ihr nachher hören, quasi eingesetzt. Und für mich ist das absoluter Schwachsinn. Ich sage es mal ganz böse, weil ich habe gestern einfach auch mal ein paar Diskussionen mir angehört, wo irgendwelche Philosophen und Techniker und was weiß ich diskutiert haben über die KI. Und ja, da braucht man doch dann ethische Maßstäbe. Ja, und da muss man doch dann eben Wertebegrifflichkeiten einführen oder bestimmte Strukturen, die diese KI und all diese Machenschaften da draußen kontrolliert. Das ist doch, das kannst du doch in die Tonne kloppen. Wenn du dieses mal freilässt und jeder da draußen schalten und walten kann und seine Texte und Performance nur mit noch KI macht, kannst du das nicht mehr kontrollieren. Und deswegen sage ich, das ist wie eine Mäude, Hunde, die reisend draußen wie die Wölfe wildern werden. Weil wenn etwas möglich ist, wird es auch mit Korruption, wird es mit krimineller Energie auch nach außen getragen. Ja, wenn du heute eine Stimme so komplett kopieren kannst mit einem Knopfdruck, dann wirst du eben von deiner Tochter angerufen in Zukunft, die dann irgendeinen Notfall hat und du sollst dann 10.000 Euro löhnen und der, der anruft, ist komplett die gleiche Stimme, wie deine Tochter hat. Ja, versteht ihr? Da ist Missbrauch ohne Ende vorgegeben. Das heißt, warum wird diese KI meines Erachtens jetzt aktuell eingesetzt, damit man Chaos hervorruft, was die Menschheit als solche dann nicht mehr kontrollieren kann. Also das heißt, wir müssen da vorsichtig sein und wir müssen auch schauen, wie können wir zumindest mit dieser Sache, die auf uns zukommt, umgehen lernen. Nein. Es gibt ja verschiedene Nachteile. Ich meine, klar, Vorteile gibt es auch viele, die werden uns ja wie bunte Bonbons vor die Nase gehängt und ja, da kannst du das machen, kannst jenes machen, du kannst Musik selber machen. Du kannst, du brauchst keinen Maler mehr, nee, du kannst alle Bilder der Welt selber kreieren. Das ist natürlich schmackhaft, das ist eine große Versuchung. Ich habe jetzt, weil ich möchte ja euch nichts erzählen, was ich nicht selber ausprobiert habe. Wenn du ein paar Begriffe reinwirfst, die KI macht ja die wunderschönsten Bilder und es macht Spaß und es hat einen Suchtcharakter zu kreieren mit einer KI. Du musst nicht viel wissen, du kannst die dürfte Socke auf Gottes Erdboden sein und kannst plötzlich schöpfen, kannst malen wie ein Rembrandt, kannst Texte schreiben wie ein Goethe, kannst Gedichte schreiben wie ein Schiller, du kannst alles. Es ist alles machbar, verstehst du? Und das hat den großen Nachteil, und da komme ich völlig jetzt wieder über, was kommt auf uns zu? Du wirst in, oder eigentlich jetzt schon, Realität von einer Fiktion nicht mehr unterscheiden können. Du kannst ein Gedicht, das Handarbeit war, nicht mehr von einem KI-Gedicht unterscheiden. Du kannst einen Roman, der von einer KI geschrieben wird, nicht mehr unterscheiden von dem, der sich hingehockt hat und Monate oder Jahre lang darüber getextet hat. Das kannst du nicht mehr. Also, Realität und KI verschwimmt. Es gibt da ein paar Ausnahmen, viele HSPler können ja, wie soll ich denn sagen, die Seele wahrnehmen. Man fühlt einfach, aha, diese Musik ist nicht echt oder dieses Bild ist nicht echt. Das sind so Kleinigkeiten, wo man das einfach erfüllt. Aber der größte Teil der Menschheit wird es nicht erkennen können. Der zweite große Nachteil ist, dass wir verlernen, selber zu denken. Ich möchte euch nicht nerven mit dem Satz, weil er auch schon so ausgelutscht ist, use it or lose it. Wenn ich nicht mal selber denken muss und nicht mal selber schöpfen und kreieren muss, dann haut mir das ab. Das heißt, wir haben mit Sicherheit in ein paar Jahren degenerierte Köpfe, die harmlos sind, die manipulierbar sind, die du bespielen kannst. Der dritte Grund ist, und das ärgert mich vor allen Dingen, die größten Pfeifen da draußen, die des eigenen Denkens nicht mehr mächtig sind oder intellektuell von Beruf sowieso Radieschen sind unterirdisch. Die können mit dieser Macht der KI dir alles vorspielen und können die Macht über Gesellschaft, über ein Land, über die Welt sich schaffen, indem sie irgendwelche Instrumente bespielen. Also da wird es nicht mehr zählen. Bist du jetzt intelligent? Hast du eine gute Schulbildung gehabt? Oder hast du dich selber weitergebildet? Das interessiert keinen mehr. Das interessiert keinen die Bohne mehr. Dann vierter Grund. Ich habe mir da mal ein bisschen geguckt. Man erwartet allein, Leute, hört gut zu, die nächsten fünf Jahre erwartet man zwischen 500 Millionen bis eine Milliarde, also manche sehen es sogar noch höher, den Verlust von Arbeitsplätzen. Das muss uns klar sein. Du schaufelst dir quasi selbst dein eigenes Grab. Wenn du mit KI ständig schaffst, dann wirst du ersetzt. Weil es wird ja alles eingespielt, die Daten eingelesen. Und dann braucht man dich nach kurzer Zeit nicht mehr. Oder ich frage dich mal ganz ehrlich, brauchen wir da noch Schöpfer? Brauchen wir die, die vom göttlichen Geist bespielt werden, wenn ich keinen Architekt mehr brauche? Wenn ich keinen Künstler, keinen Maler mehr brauche? Kein Komponisten, weil ich mache mit ein paar Klipse ein Sinfonieorchester. Ich habe jetzt sogar gestern gelesen, dass Mahat Beethovens, ich glaube, 10. Sinfonie war das, die war ja unvollendet. Die hat man mit KI jetzt fertig komponiert. Und kein Schwein, hätte ich fast gesagt. Merkt, dass das eigentlich nicht aus allem Guss ist. Verstehst du? Du brauchst keine Schöpfer mehr, du brauchst viele Berufe nicht mehr, du brauchst keinen Gartenarchitekt, keinen Schriftsteller mehr, weil alle Bücher der Welt nur noch per Knopfdruck gemacht werden. Und dass wir dann gläsern und vollkommen kontrollierbar sind, ich glaube, das brauche ich auch keinem mehr erzählen. Da ist Orwell 1984, ist er eigentlich ein Muckenschiss dagegen. Aber, ich meine, da könnte ich euch noch und nöcher noch Gefahren andeuten. Aber wo ich die größte Gefahr sehe, und jetzt passt bitte gut auf, weil da müssen wir wirklich sensibel mit umgehen. Dir muss klar sein, dass in dem Moment, wenn du mit KI ganz viel spielst, dass du einen geistigen Fingerprint hinterlässt, so wie einen genetischen Fingerprint, den es gibt, gibt es auch den geistigen, also intellektuell geistig, dass du quasi dir einen Klon züchtest, lass mich es ruhig mal so sagen, eine Art Avatar züchtest, der letztlich alles übernimmt von dir. Der dich gesichtstechnisch übernimmt, deine Körpersprache, deine Modulation der Sprache, deine Stimme, die Art zu denken, all das wird übernommen. Und du weißt nicht, was mit den Daten gemacht wird. Ich habe da jetzt auch eine Reportage angeguckt, da hat eine Journalistin, war es glaube ich, hat die, also du kannst dir das Gesicht nehmen und kannst von der KI das in verschiedene Figuren einspielen lassen. Also du kannst dann plötzlich Astronaut sein oder kannst dies oder jenes sein oder dich umstylen, das geht ja heute alles mit, wie gesagt, mit einem Knöpfchen drücken. So, und die gute Frau hat 300 Entwürfe von sich machen lassen, hat also ihr Bild eingescannt und hat dann 300 Variationen von sich gekriegt und zu ihrem Erstaunen, ja, 90 als Nackedei-Foto, ja, oder ganz frivol gekleidet. Bei Männern war das nicht so, wenn männliche Gesichter oder Figuren eingespielt werden, dann sind sie eben Astronaut oder Arzt oder was weiß ich. Aber interessanterweise versucht die KI hier schon kräftig zu sexualisieren. Also weißt du, wenn du deine Daten einspielst, was irgendwo mit deiner Figur, mit deinem Avatar irgendwo draußen passiert. Ja, also das ist die große Gefahr, dass hier deine eigenen Daten quasi benutzt werden, um quasi den zu klonen, raus in die Welt zu schicken und, da werde ich jetzt gleich drauf kommen, auch einen KI-Soldaten gegen dich selbst, individuell, ein Kampfpartner kreiert wird. Gut, und was auch der Fall sein wird, das merke ich ja auch, Menschen, die erfolgreich sind, die führen können, wo man weiß, das sind Attraktoren, ja, die werden als Charismatiker auch geklont und eingesetzt. Früher hast du dann irgendwo einen Fußballer gebraucht oder einen Schauspieler, der dann irgendwo für eine Agenda oder für irgendwas aufgesprochen hat. Das brauchst du nicht mehr, ja. Du liest die Daten von so einem Charismatiker ein und kannst ihn zigfach vervielfältigen und die Menschen werden angeführt durch synthetische Leitfiguren, wenn du so willst, ja, und der andere wird ausgefasst, der wird ersetzt, ja. Also es sind zwei Hauptpunkte, wo ich die Gefahr sehe. Ich wiederhole nochmal. Das erste, der erste Hauptpunkt ist, dass die Vortrefflichen, sag ich ja mal, geklont werden, also dass wir quasi die KI selber sogar trainieren. Ja, wir speisen all unsere Daten rüber, was du denkst, was du fühlst, was du für Vorlieben, Geschmäcker hast, was du hasst, was dich anekelt, was du nicht haben willst. Das wird alles rübergespielt und diese Klone, also die Klone der Vortrefflichen werden dann dich ersetzen. Du wirst ausgefasst, das andere wird hochgefasst, ja. Also wenn du klasse bist im Kundenumgang, was weiß ich, du hast bestimmte Expertenwissen, wird das alles aufgesogen und irgendwann braucht man dich nicht. Du bist dann wie eine leere Hülle, die kann man dann irgendwo verschwinden lassen und dann haben wir ja eine ganze Armee von vortrefflichen Leuten. Und der zweite große Punkt, das ist der, dass ich glaube, und da könnt ihr euch gerne auf mich berufen, weil ich glaube sogar, dass es jetzt schon der Fall ist, dass deine Daten mit dem Füttern der KI, ich benenne es nochmal, deine Ängste, deine Sehnsüchte, deine Hoffnungen, deine Vorlieben, all das, was dich als Seele oder als Mensch ausmacht, dass das von dem Rechner quasi gezogen wird und quasi jetzt dein Gegenspieler, dein ultimativer Gegner, wenn man so will, wie David Goliath, wird von der KI kreiert. Was meine ich damit? Diese KI wird dich quasi spiegeln, sie wird ein Komplementär dir hinstellen, der absolut alle Kenntnisse von dir hat, der jeden Schachzug von dir weiß, der ganz genau weiß, dass wenn du den Reiz kriegst, so und so reagieren wirst und so und so diese Methoden verwenden wirst. Das heißt, er wird dich ausknocken können, weil er vorher schon weiß, was du tust. Das heißt, hier können quasi KI-Soldaten in 3D geschaffen werden, die dich bespielen. Ich gebe dir mal Beispiele. Übrigens, das ist auch der Grund, warum ich momentan sehr viel in Präsenz auf Bühnen rumhupfe oder Seminare vor Ort mache, weil ich dieses Daten auslese, ich merke es ja ganz massiv, dass das auch bei meinen Videos gemacht wird oder dass da neue KI-Videos oder andere Trainer plötzlich genau mein Wortlaut haben, genau meine Konzepte, genau meine komischen Gleichnisse, Parabeln. Und ich bin ja auch, ich bin ja exot hier, also auf YouTube oder auf der Social-Media-Szene mit meiner flapsigen Art und Weise, glaube ich, dass ich ein bisschen ein Original bin. Aber selbst dieses wird vom Sprachgebrauch, wird es quasi benutzt und übertragen. Das ist das Problem. Und deswegen versuche ich jetzt mehr in die Präsenz zu gehen, weil ich nicht alles, was ich denke oder fühle, hier aussprechen will. Ich weiß viel, viel mehr, ich habe viel, viel mehr Quelleneingänge oder Zuspielungen, die ich mit Sicherheit hier nicht in der Öffentlichkeit preisgeben werde, weil die dann abgegriffen werden. Das weiß ich definitiv. Ich habe zum Beispiel gestern, ich möchte jetzt den Namen von dem Herrn nicht nennen, ich habe ja so ein paar Spätzels, die ich da gerade auch in der Szene so ein bisschen beobachte, weil ich einfach, es fällt auf nach so und so vielen Monaten oder Jahren, dass hier kopiert wird. Und gestern, ja, da komme ich auf, da ist ein Video, wo es dann heißt, wir müssen die Intuition schulen, wir müssen gütig sein, wir müssen weise sein, wir müssen den Geist weiten, wir müssen Signale der Hoffnung setzen, wir müssen ein Leuchtturm oder wie ein Leuchtfeuer in der Nacht sein, was war denn noch alles? Güte, das Wahre, das Schöne, Respekt, Mitgefühl, ein leuchtendes Vorbild sein und die Spiris und Pioniere, also das ist meine Wortwahl, keiner hat früher gesagt Spiri, ja, das ist für mich eine, ja, burschikose Abkürzung, ja, aber das sind dann Worte, wo ich ganz genau weiß, da wird gekupfert, verdoppelt, vervielfacht und, und da möchte ich auch euch darauf hinweisen für die Zukunft, mit anderen Dingen gekoppelt, ihr müsst aufpassen, das sind Sandwich-Methoden, das sind trojanische Pferde, das sind, wie soll man denn sagen, Tandems, also die Werte, die ich seit Jahren verkünde, werden dann verbunden mit Inhalten, pass auf, wo ist es denn? Ja, wir wollen lustvoll Schattenarbeit betreiben, wir wollen freiwillig den Walk of Shame gehen, also hier wird ganz viel mit, also C.G. Jung zerlegt und umgedreht und neu interpretiert, zu ihren Gunsten, ja, der Mensch ist böse, der Mensch hat Schatten, der Mensch muss in die Scham, wir wollen das Hässliche in uns bejahen, heißt es, ja, und sehr viel auch auf KI, ja, das, wo hier forciert wird, hier wird sogar davon gesprochen, dass die KI unser Kind ist, ja, und unser Kind Herausforderungen an uns stellt, ja, also hier wird KI bereits massiv angepriesen oder integriert, ja, dass wir als HSPler oder Spiris heißt es hier, doch unsere Eigenarten oder unsere Besonderheiten der Wissenschaft zur Verfügung stellen sollen, also da merkst du ganz massiv, dass eine sehr, sehr düstere Agenda gekoppelt wird mit HSP-Werten, ja, also bitte in Zukunft da drauf achten, weil das wird massenweise passieren, und wenn wir da nicht gewappnet sind, ja, dann müssen, dann, 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 dann schwimmen wir davon, und nochmal zurückzukommen, weil ich vorhin gesagt habe, wir werden mit unseren eigenen Soldaten konfrontiert, da vielleicht noch ein paar Beispiele, dass du ein bisschen weißt, was ich meine, wenn es da, nehmen wir mal an, du bist jetzt, ähm, jemand, der Angst hat vor Kriegen, vor Tod, ja, dann wird eine KI dich genau mit diesen Bildern bespielen, also du kriegst ein ganz, ganz individuelles Kinoprogramm gesetzt, das genau dich anspielt und dich in Angst und Schrecken versetzt, deine Ängste und Sehnsüchte werden individuell wie niemals zuvor, angespielt. Nächstes Beispiel, wenn du Angst um deine Kinder hast, ja, wird das Programm angespielt, dass vielleicht deinen Kindern irgendwas immer passiert, immer irgendwelche Ängste, Nöte, Sorgen auftauchen, du bist ständig unterwegs, und bist in Betrieb quasi, weil du diese Ängste bedienst. Oder wenn du Angst hast, sagen wir mal, du hast Versagensängste, ja, weil du sagst, ich kann das eh nicht, das ist mir alles zu hoch, zu groß, die anderen sind alle besser. Dann wird mir da ganz viele Szenen einspielen, wo du immer wieder konfrontiert wirst, du tust was, und dein Projekt haut es zusammen, ja, oder wieder eine Sabotage, oder wieder was, der dagegen hat, oder der dich straft, oder sonst was, und dann sagst du, ja, wirklich, das ist so, ich bin ein Loser, ich kann nichts, und ich lasse es sein, ja, und genauso wirst du auch mit Sehnsüchten bespielt, ich gebe dir wieder ein Beispiel, wenn du sagst, ja, Jesus kommt wieder, viele sind ja sehr, sehr stark in der Sicht der Dinge, Jesus, oder die, ja, diese, also Jesus, diese Wiedererscheinung, dann wirst du bespielt, mit massenweise KI-Videos, musst du mal gucken, das ist wie die Seuche momentan, KI-Videos, wo Jesus erzählt, oder über den Messias, oder, also der Messias wird dir künstlich über die KI generiert, ich hoffe, das ist so ein bisschen verständlich, weil es ist jetzt, ich habe es euch ja gesagt, das ist nicht unbedingt jetzt ein einfaches Thema, aber es ist mir so wichtig, dass wir das verstehen können, dass wir ganz woanders jetzt angegriffen werden, als wir es denken, es wird nicht der Panzer sein, oder die Rakete, oder sonst irgendwas draußen, sondern wir werden auf dieser KI-Ebene angegriffen, und geistig oder auch intellektuell eliminiert. Gut, was sind also die Fragen, die wir uns stellen müssen? Hausaufgabe, ich sage es jetzt wirklich mal Hausaufgabe dazu. Die Hausaufgabe ist, dass du über drei Dinge nachdenken darfst. Erstens, inwieweit lässt du dich auf diesen Pakt ein, ich sage es wirklich Pakt, so wie bei Mephisto und Faust, dass du dich komplett auf KI einlässt, weil du wirst bespielt werden, du wirst sagen, oh, das kann ich schneller machen, und guck mal, und dann telefonieren kann ich mit KI, die hat dann nicht dieselbe Stimme wie ich, und antwortet dann, oder die E-Mails übernimmt genau meinen Sprachduktus, oder meine Art, wie ich formuliere, ja, kann ich doch alles über KI machen, ja, du kannst alles über KI machen, so, aber inwieweit speist du damit automatisch deine Seele ein, inwieweit bist du bereit, diesen Pakt zu schließen, deine Seele zu verkaufen für deinen Erfolg, das ist die Frage, ja, ist nichts dagegen, wenn du mal ein Bild kreierst mit KI oder so, ja, aber dir muss klar sein, wenn du anfängst mit ersten Dingen, ist es ein wahnsinniger Sog, ja, du spürst, da ist ja eigentlich alles machbar, und dann kommt dieser Sog, oder diese Machtgier, oder dieses, dieses, ich will erfolgreich sein, ich will groß sein, ich will, ich will die Welt beherrschen. So, die zweite Frage, die ich dir stelle ist, ja, und die ist sehr wichtig, was sind deine größten Ängste, und was sind deine größten Sehnsüchte, weil diese beiden Dinge, die werden auf uns eingespielt werden, und wenn ich dann weiß, meine größte Angst ist eben Verlustangst, dass ich mein Geld verliere, oder sonst was, oder wenn ich weiß, meine größte Angst, ist die Angst vorm Tod, ja, dann erkenne ich das viel, viel schneller, wenn ich mit diesen Bildern bespielt werde, oder mit diesen Szenarien, und dann kannst du sagen, ah, da war ja was, und genauso mit deinen Sehnsüchten, ja, die Wünsche, die Träume, die du hast, die Bilder, die du hast, weil genau die werden bespielt werden, der Angriff wird von dieser Seite kommen. Und der dritte Punkt ist der, da kann ich mich wiederholen, und auch immer wieder appellieren, versuche, diese andere Sprache zu trainieren, die nicht von einer KI ausgelesen werden kann. Zwischen den Zeilen reden, Metaphern benutzen, Bilder benutzen, oft nonverbal, du kannst auf geistiger Ebene, es wird in Richtung Telepathie irgendwann gehen, auf geistiger Ebene sehr viel vermitteln, was eben nicht abgegriffen werden kann. Also wir sind da noch einen Schritt dann voraus. Dass die dann irgendwo nachkriegt, die KI, weil sie ja immer intelligenter wird, ist klar. Aber das ist jetzt unser nächster Schritt, dass wir versuchen, so wenig wie möglich verwertbare Daten und Informationen einzuspeisen. Und da versteht er jetzt auch, warum meine Texte oder Videos oft gar nicht so griffig sind für eine KI, weil die irgendwo zwischen den Bildern hin und her hangelt und die Zusammenhänge oft nicht kapiert. Also das hat schon seinen Grund, warum ich manchmal so um den heißen Brei herumrede. Also überleg dir, wie kannst du dich einer Sprache betüchtigen oder die Sprache trainieren, die nicht mehr auslesbar in dem Sinne ist. Weil sonst gibt es dich irgendwann nicht mehr, weil du kopiert und vervielfältigt wirst. Gut, das war es soweit. Jetzt mein ganz kleines Gedichtchen danach, weil das nochmal dich zum Nachdenken bringen soll. Wer übrigens psychologische Beratung, Coachings braucht, bitte mittags anrufen zwischen 12, 13 Uhr, weil nur dann kann ich ans Telefon überhaupt noch gehen. Und dann kann ich schauen, ob wir da irgendwelche Termine noch für dieses Jahr finden. Gut, ach ja, und bitte wieder verteilen das Video und kommentieren. Die lese ich mir alle noch durch. Und däumelt, weil nur so kriegt man so ein bisschen Reichweite unter die Menschen. So, jetzt kommt also mein Gedicht. Auch das ist wieder aus diesem Buch. Das gibt es übrigens jetzt wieder. Also das ist jetzt, wir müssen sogar die dritte Auflage jetzt innerhalb weniger Tage drucken lassen. Also das geht weg wie die warme Semmel, habe ich ja vorhin gesagt. So, also, wie heißt der Text? Werteverlust. Je mehr Masken man trägt, desto mehr verliert man das eigene Gesicht. Je mehr man sich verstellt, desto mehr verliert man seinen Stellenwert. Je mehr man sich veräußert, desto mehr verliert man seinen Innen. Wert. Je mehr man sich verkauft, desto mehr verliert man seinen Wert. Und irgendwann, ganz zuletzt, sucht man sich selbst, weil man zum Nichts geworden ist. lasst den Text noch mal ein bisschen hacken, der ist wichtig. Und so wünsche ich euch eine gute Woche. Alles Liebe. Bis nächsten Sonntag. Eure Susanne.